Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es nochmal um TCP Schicht 4, für die die es vergessen haben. Eigentlich solltet ihr das definitiv nicht vergessen können. Und wir wollen uns kurz angucken, was ich euch noch nicht so gesagt habe zum allgemeinen TCP. Zu den speziellen TCP Varianten, also Tahoe vor allem und Reno, werden wir uns nochmal ein bisschen genauer was angucken. So, jetzt ganz kurz, was haben wir hier noch so zur Verfügung? Wir brauchen noch irgendwo das Problemchen, wenn wir mehrfach wiederholen müssen. Das heißt, wenn wir eine Dateneinheit schicken und es kommt schon wieder keine Quittung zurück, obwohl wir gerade immer noch keine Quittung bekommen haben. Ihr erinnert euch, Retransmission Timer, so lange warten wir auf eine Quittung. Wenn eine Quittung ausbleibt, dann setzen wir unser Congestion Window, also unser Staukontrollfenster, wieder auf 1 zurück. Was machen wir, wenn 2 mal keine Quittung kommt oder wenn 100 mal keine Quittung kommt? Dann machen wir folgendes, und zwar den exponentiellen Backoff, den ihr auch schon aus anderen Schichten kennt. Host Schicht 2. Exponentieller Backoff. Der exponentielle Backoff soll jetzt folgendes tun. Und zwar, wenn wir mehrfach keine Quittung hier bekommen haben, dann verdoppeln wir einfach unseren Retransmission Timer. Das heißt, wir warten einfach doppelt so lange auf eine Antwort. Wir nehmen einfach an, dass der Server gerade nicht mehr genug schicken kann, oder dass das Netz einfach schlecht ist, oder dass unser Netz gerade mega, 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 mega ausgelastet ist. Und deswegen sagen wir einfach 2 mal, ja, Retransmission Timer. Ich nenne ihn jetzt einfach mal RT, hat nichts mit der Roundtrap Time zu tun. Ich nenne ihn R-Timer, dann wird es deutlicher. Ist gleich 2 mal R-Timer. Was das bedeuten soll, wir verdoppeln unseren Retransmission Timer einfach. Das ist alles. Genau. So, wann wird das jetzt eintreffen? Naja, sagen wir mal, ich brauche eine neue Folie. Wir sind hier und wir schicken eine Dateneinheit hier rüber. Wir bekommen eine Quittung. Ihr erinnert euch, dann darf ich auch gleich vielleicht noch irgendwie eine andere Quittung schicken. Und wir haben bei TCP positive kumulative Quittungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Dateneinheit hier verliere, dann bekomme ich hier die Sequenznummer meiner Quittung mit in diesem Pfeil drin. Das heißt, ich habe hier ein ACG gleich SEC von da oben eben. Also zum Beispiel ACG gleich 42 oder sowas. Und da oben haben wir davor gesagt, dass die Sequenznummer gleich 42 ist. Und hier wäre ich hier unten auf diesem Pfeil wäre dann theoretisch die Sequenznummer zum Beispiel gleich 84. Also eine Dateneinheit hat 42 Byte und so in etwa berechnen wir die Sequenznummer. Das bedeutet aber, wir haben offensichtlich eine Quittung nicht empfangen. Und wenn jetzt die zweite Dateneinheit hier oder die nächste Dateneinheit, die dritte Dateneinheit hier ankommt, also so in etwa, dann bekommen wir hier die Sequenznummer SEQ gleich, naja, was kommt nach 84, nochmal 42 drauf, also 126, komische Zahlen heute. So, und wenn wir jetzt hier aber die Sequenznummer 126 bekommen, dann hat aber meine nächste Quittung, da wir positiv kumulativ bestimmen, wir schreiben hier rein, sorry, 43 muss, äh, hier muss eigentlich auch eine 84 stehen. Das hatten wir in dem Video, wo es um die Quittung von TCP geht. Hier steht immer drin, was wir als nächstes erwarten würden. Ähm, und hier unten würde dann theoretisch irgendwann mal eine Quittung für 84 kommen, das heißt, wir würden als nächstes 126 erwarten. Diese Quittung bleibt aber aus und da wir positiv kumulativ sind, erwarten wir als nächstes, welches Paket fehlt denn? Naja, unser Paket 84 fehlt immer noch. So, das heißt, wir haben hier eine sogenannte duplizierte Quittung und bei einer duplizierten Quittung machen wir genau dasselbe. Das heißt, wir machen hier, ähm, ein Congestion Window, setzen wir wieder auf 1 zurück und fertig ist. So, was passiert jetzt, wenn wir uns diese Dateneinheit nochmal schicken lassen? Das heißt, unser armer Empfänger, äh, unser Sender muss nochmal diese Dateneinheit 84 schicken, weil die ja offensichtlich verloren gegangen ist. Das heißt, 4, ähm, ja, Sequenznummer gleich 84. Und ich hätte das ganz gerne in die Breite gezogen, eigentlich will ich das nicht so haben. So, okay, was jetzt passiert ist folgendes, die Sequenznummer 84 trifft ein und wir schicken hier eine Quittung und zwar für was? Naja, wir erwarten als nächstes dann die Dateneinheit, die nach dem Paket von 126 kommt. Das heißt, wir schicken hier eine Quittung, aggleich, äh, 42 nach 126. Das heißt, 1, 6, 8, also 168. Äh, kurz Kopfrechen, wahrscheinlich habe ich mich verrechnet, weil Video und so. Naja, egal. Okay, also das heißt, wir schicken hier eine Quittung für diese Dateneinheit und dann fängt unser normaler Slow Start Algorithmus wieder an. Sprich, wir fangen bei 1 an, dann erhöhen wir auf 2, dann erhöhen wir auf 4, pro Quittung eben um 1 erhöht. Aber, wenn jetzt diese Quittung hier wieder, oder die Dateneinheit wieder flöten geht, mit der Sequenznummer 84 und wir kriegen hier schon wieder die 84 als nächste erwartete Einheit, dann machen wir auch diesen exponentiellen Backoff, den wir hier unten gemacht haben und verdoppeln unseren Retransmission Timer. Das ist sozusagen der Grundalgorithmus und sobald wir eine Quittung bekommen für eine Dateneinheit, die wir noch nicht wiederholt haben, dann fangen wir wieder an mit dem normalen Slow Start. Das heißt, frühestens bei 164, äh, was hatte ich gesagt? 168, sorry. Und, ähm, ja, dann fangen wir eben da wieder an mit dem Slow Start und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr Quittung, ähm, empfangt, oder wenn ihr duplizierte Quittung empfangt, dann fangt ihr normalerweise erstmal mit einem exponentiellen Backoff an und wenn ihr dann wieder eine normale Quittung erhaltet für eine Dateneinheit, die ihr noch nicht wiederholt habt, dann fängt wieder der normale Algorithmus an, also der Slow Start. So, nächstes Thema, was ich, oh, wir haben ja schon 6 Minuten, okay, ähm, Okay, nee, wir machen trotzdem noch ein bisschen weiter und zwar das sogenannte Fast Retransmit. Fast Retransmit ist genau für solche Fälle da. Es kann mal passieren, dass eine Dateneinheit flöten geht, irgendwo ist ein Blitz eingeschlagen oder sonst irgendwas. Äh, ein Affe spielt gerade auf einer Bongo, keine Ahnung, oder spielt auf eurem Kabel oder ein Hai frisst mal wieder das Kabel auf, kann alles vorkommen. So, was jetzt passiert ist folgendes, wenn nur eine einzelne Dateneinheit fehlt, naja, dann hätten wir ja sonst wie hier oben und dann würden wir unser ganzes Congestion Window wieder auf 1 setzen müssen, das ist ziemlich nervig, kostet viel Leistung und, ähm, was wir jetzt machen ist, wenn wir hier eine gewisse Anzahl an duplizierten Quittungen haben, das heißt, wir sehen ja hier, wir kriegen zweimal die Quittung für 84, das heißt, wir wissen, die Sequenz Nummer 84 fehlt noch, dann, wenn wir zum Beispiel 3 oder 4 davon empfangen haben, dann schicken wir die Sequenz Nummer 84 einfach direkt und ignorieren das Ganze. Also, wenn es nur eine einzelne Dateneinheit ist, die verloren gegangen ist und wir ständig diese duplizierten Quittungen kriegen und danach kriegen wir ja wieder hier eine Quittung von zum Beispiel 164 erwarten, 168 erwarten wir als nächstes, ähm, und können dann direkt weitermachen. Das heißt, da kommt überhaupt kein Slow Start oder sowas vor. Wir setzen auch das Congestion Window nicht auf 1 zurück, wenn einfach eine irgendwie fehlgeleitet wird, dann ist das halt so, wir ignorieren das Ganze. Nennt sich Fast Retransmit. Das heißt, bei nur einer Dateneinheit überhaupt nicht schlimm, wenn es dann allerdings mehr als eine Dateneinheit ist, die verloren geht, dann nehmen wir an, dass eine Stausituation vorliegt und fangen an mit unserem Slow Start wieder. Okay, dann war es das schon wieder von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns Congestion Avoidance an. Wie der Name schon sagt, geht es wieder um den Stau und um ein bisschen was anderes. Und ja gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.